Hallo meine Kleine. Hallo. Wir sind von Fernsehen und würden dir gerne Frage stellen. Okay. Hast du mal eine Mark für mich? Ja. Achso, nee. Einen Euro? Ja. Kriegst du einen Hut für? Aber habe ich im Auto mein Checkbuch. Ja, gibst mir halt bei Gelegenheit. Halt mal schnell. Ja. Ja.